Neue Kura. Formula kommt gleich hierher und wird die Kura im Service vorstellen. Dann montieren wir die Bremse und dann geht's abradeln. Das ist der Flo, ich bin der Kai, wir sind aus dem Service von Formula. Heute sind wir hier, um neue Produkte vorzustellen. Das ist unsere neue Bremse, das ist die Kura. Wir gehen hier auf Mineralöl, der Flo zeigt es gerade, wir haben Speedlock unten am Sattel. Das heißt, eine Hinterradbremse ist auch problemlos durch den Rahmen zu führen, ohne dass ich die Bremse neu entlüften muss. Lösen, anstecken, fertig. Schauen wir mal was hier. Die Zeit der Bohr. Musik 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 Achtung, das ist doch richtig cool. Achtung, das ist doch richtig cool.